Und zwar wollte ich mir heute noch angucken hier von philipp.psd, das ist schon etwas älter, das ist vom 12.06.2021, ist schon ein weichen her, da hat der philipp.psd, Cutter von Paluten, hochgeladen, Minecraft um 220 Sekunden, in 3 Minuten 39, also, ja, wenn wir auf dem Kanal gucken, ist das das letzte Video, was er vor 5 Monaten hochgeladen hat, ja, ich würde mich mal wieder, ich würde mich mal, ich habe es auch hier schon in die Kommentare geschrieben, hier sieht man es, wann kommt man mal ein Video von dir, ich würde mir mal wünschen, der hat früher regelmäßig Videos gemacht, also, jede Woche ein Video, das hat er gemacht, oder, ich glaube, alle 2 Wochen ein Video, also, das ist halt irgendwie, irgendwas ist mit ihm passiert, also, wenn es halt irgendwie, wenn da jemand mehr weiß, also, unser Lieblings-Otter, also, irgendwie, ich weiß nicht, wir gucken jetzt sein neuestes, letztes Video, das habe ich natürlich schon gesehen, das kenne ich schon, aber ich habe noch nicht darauf reaktet, es gibt schon einige Videos von ihm, wo ich darauf reaktet habe, im Stream und auf YouTube an den Parts, also, ich weiß nicht, das ist, also, ja, ich mache mir Sorgen, um Flip.PSD, was ist mit dem los, das ist auch mal wieder YouTube Videos machen, was ist mit dem los, gibt es den noch, ist denn noch am Leben, so, wir schauen mal rein, Minecraft in 220 Sekunden, ganz genau, macht sehr gute Videos, macht sehr gute Videos, der Typ, Oh nein, ein Stück von uns, Ein Stück von uns, oh nein, nachts in Minecraft fliehen, Niemals da, Philipp PSD Shop, Und der Merch, Apidemien, Diamante, Genauso fühlt man sich, man das erstmal Diamanten, Und der Merch, Creeper, Oh, 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 geht genauso läuft das keiner macht diese sie macht die und die ist und die das hat und die getötet hoffe ich dass ich das gerne minecraft video gefallen hat wenn ihr weiter großartig in minecraft sachen für einen zweiten machen videos in die kommentar machen zweiten platz das auto sehr schön ich bin hier machen wir wieder ein neues video hier machen wir uns zweiten part minecraft in 220 sekunden was ist passiert unser lieblings otter auf youtube hier haben wir fünf monaten fünf monaten sechs monate sieben monaten das ist ja also der kam eigentlich doch mindestens einmal im monat oder zweimal im monat ein video jetzt haben wir seit fünf monaten nichts mehr gemacht das ist schon ein liebster typ noch